Musik 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 So 4,5,6,1,7,3 4,5,6 4,5,4 Schau euch mal ob das hier so passt wie ich mir das vorstelle Kole 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 Wer kennt's nicht denn? Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Ultimativen Einzigartigen Den Einzigen machen Montau und und Dragon LP Den hab ich jetzt eigentlich nicht gemeint Nein, up and right natürlich Alles klar Willst du nicht? Wen willst du hier ficken? Die schonmal nicht Alles klar Mann, ich hab hier keine Kohle wieder Und? Aus irgendeinem Grund hab ich Hallo geschrieben, obwohl ich gelesen hab und wieder so gegangen ist Dann jetzt nochmal Ich geh nochmal ein bisschen zu bauen, damit kein Creeper-Monster reinkommt Die, die eh nix tun können, die zischen nur übelst nervig Ja Trotzdem Max hört einfach immer nur nicht zu Was? Ja, ich bin auf alles vorbereitet, ne? Laufstern Ich stehe da irgendwann der Nein! Blaustern Ja Kati ist das Ja 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 Brauch ich schon mit Nahrung Warte, erstmal ein Schwert Warte, erstmal ein Schwert Wobei Was denn? Erstmal brennen Ich hab das gesehen, welche Gruppe du die gesetzt hast Ist doch voll in Ordnung Wollte die doch Alter Das will man nicht Das will man nicht Man will vielleicht nicht zu viel sehen, aber Ähm, ja Man sieht's jetzt schon in der Tab-Leiste, also Wer ist denn Kelmi? Hallo, Kelmi Fällt dir auch früh auf, dass er gekommen ist Der kam kurz vor der Aufstern Oder die Hier ein bisschen Terraforming, da ein bisschen Terraforming Vielleicht den Glücksinn benutzen, hier direkt auf den Ofen wieder zugreifen Das tun wir mal raus hier und machen direkt wieder mal Kohle So, jetzt ist schon wieder Nacht, aber zum Glück haben wir hier vorgesorgt Zum Glück hab ich's hinbekommen, in 10 Minuten irgendwie meinen Grundriss des Hauses hinzuballern Ja Das räuchte ja schon mal, das ist ja schon mal ein Fortschritt Das ist bei dir verdammt erstaunlich Ja, ich war mir nicht einig, wie das aussehen soll, also Entweder so oder so Dann nehm ich mir die, bevor sich jemand anders die schnappt Ich glaub du hast schon die anderen Kürbisse genommen, Dennis Ja, ja, ich hab mir da schon direkt ein paar genommen, aber ich hab wieder Zwei hingestellt, ich hab vier und hab zwei hingestellt Ich wollte ja noch anderen die Chance lassen Ja, die anderen zwei hab ich genommen Es geht eigentlich nur darum, dass ich die schon mal hab, dass ich die nicht suchen muss Mhm Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus hier Ich geh hier aber mal wieder rein Am nächsten Tag müssen wir mal ein paar Schafe suchen Da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich hier weiter mach Lass ich erst mal so Ich glaub ich mach jetzt mal weiter mit der Mine Irgendwie Irgendwie, ich weiß noch was das ist, aber meine Hand bewegt sich gerade so komisch Nicht, ähm, im, im, äh, Trailblaze, sondern hier in dem Spiel So wie bei dem Jetzt nicht mehr, aber Gerade eben war das so wie bei dem Bei den Blättern oder beim Dings, ähm, das war irgendwie vom Shader irgendwas Jetzt ist es nicht mehr so Passiert Ab und zu mal Jetzt wieder Für gewöhnlich aber nicht Das ist immer wenn man sich, ähm, irgendwie hinstellt Kann natürlich sein, dass man in der Aufnahme meine, meine Tastatur ein bisschen hört, weil Selbst sogar ich höre die Echt im Test? Ja Mh Alles klar Die ist nicht gerade läuse Mh Also mach ich Ui, interessant Cool Cool Ich hatte doch Holz dabei Ich hatte doch Holz dabei Voll gemein, oder? Nein Nein Noch, noch lange, ne Noch sehr lange Das machen wir nicht direkt am Anfang, aber Halbes Stäckchen Fackeln Wow 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 Dieses MLG Wow 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 Oder dieses Warte mal Nice Kennst du das? Nice Impressive Ich kann das nicht, ich kann, ich kann das nicht mit dem Nice Genau, Justin, wo er kennst du das? Wenn man auf YouTube unterwegs ist, dann muss man sowas eigentlich schon können oder natürlich Alarm 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 aber weißt du woher das ist vom Porno Alarm Alarm wie das vor allem alle direkt wissen ja noch niemand gesehen oder so nein ich weiß nicht was wie man Porno schreibt so bestimmt so wenn Max bei Google Chrome so P eingibt kommt dann erstmal so 10.000 Pornos ein ich hab natürlich meinen Verlauf gelöscht hier ne muss ich hier an der Stelle ganz ordentlich erwähnen schon wieviel Sand ich hier eigentlich noch hab ich mal ein bisschen Kohle ist doch ganz super sagt natürlich Bescheid wenn wieder Tag ist lasst mich davon auf euch ich will eigentlich schon längst wieder Tag haben wir spielen mal hier mit so einem tollen Cartoon Shader alles klar das ist der hier der so dicke schwarze Ränder um alles macht und ganz du bist du bist du schon wieder in deinem Haus schon länger ich lauf hier eigentlich noch rum dein Haus ist eigentlich sicher ja er hat ne Tür das ist als sicher definiert würde ich sagen ich hab gedacht da wird er ne Treppe nein noch nicht wirklich also ne ich hab da hinten gehabt ein paar Monster deswegen wollte ich zu dir kommen ja ich hab da hinten ja ich hab da hinten ja ich hab da hinten hast du ja essen nein hab ich nicht ich weiß nicht hab na gut kriegst das noch nicht doch noch die Idee dass ich hier ein bisschen nach oben gehe ja und ein bisschen was für Fisch mein ganzes Inventar ist voll was? das brauch ich nicht ne ne guck mal wie oft ich die gebraucht hab ähm 46 von 59 13 mal 13 Schläge wow impressive ich hab sogar schon ne Kiste aber ich hab sie noch nicht ausstellen können weil da hinten die ganze Zeit diese scheiß Skelette bei meinem Haus sind und ich wollte die Skelette jetzt nicht mit dem Befehl weg machen weil ich auch noch kein Schwert hab ja du guckst bei Marx Marx immer schön das A lang gezogen hallo was wird das für ein Haus ich kann zwar kein Block erkennen aber egal Haus im Berg aber das ist natürlich doch alles in Arbeit gut sind wir uns einig alles klar ist ok muss ich mir wieder ne Spitzhacke bauen ich glaub ich weiß jetzt was ich bei mir noch mache ich benutze definitiv auch nicht das Autoclose du baust doch eine Falle für ein Creeper Monster Creeper Monster Creeper Monster hm hm der YouTuber ist so kacke wer ja ja äh wie heißt der nochmal ja ich der immer Creeper Monster sagt das passt ich weiß nicht wen du meinst ich hab das Wort auch nur irgendwo aufgeschnappt ja von dem Typen der immer Creeper Monster sagt alles klar ich ähm brauche unbedingt Holz aber ähm ich will talk aber ich schaue mir natürlich erstmal Trust sein Haus an hier ist natürlich ein Creeper Monster den logge ich natürlich zum Justin das sieht doch nix schade schade eigentlich wie oft sollen wir dir das los sagen bis du es kapierst ich kapier es ja aber ich finde es einfach so schade dass das die Dinger nicht explodieren weil es so so ein bisschen ähm langweilig dadurch wird ne wenn ich schlage solltest du aus der Range gehen ich mach mir jetzt auch mal Eisentools ich weiß nicht warum bei mir ist der Himmel an viele Stellen weiß irgendwie scheint der Ofen immer für irgendwas genutzt zu werden bei mir heißeisen sei es essen sei es umso sei es sei es Holz sei es sei es Kohle sei es Fackeln sei es Dings ähm Stein und ich wollte natürlich ne Spitzhacke machen aber die mach ich die mach ich jetzt direkt ne Spitzhacke ne Spitzhacke die vergisst du wieder ja ja aber das brauch ich Holz und Holz hab ich leider nicht ich hab gar nix mehr an Holz und es ist Tag ich verdammte Stickys brauch es ist Tag danke für den Hinweis dann kann ich mich ja auf Holzjagd begeben hier wieder ja pass auf Alter Holz ist bissig bei uns ne kann man natürlich wieder auf die bösen Creeper Monster achten leck mich halt das wird so dumm ich brauche mir langsam mal eine Spitzhacke äh Spitzhacke genau äh ne Axt wir sind eindeutig zu wenig Schweine nimmst du ich hab hier die ganze Zeit irgendwelche scheiß Schweine bei mir irgendwo aus naja könntest du mir dann die tötet ich aber nicht aber die tötet ich aber nicht ich tötet hier keine Schweine ich möchte die nachher anbauen naja sie äh die spawnen zwar neu aber echt es war ja ne Zeit lang so dass die ja nicht neu gespawnt sind so an sich spawnen sie ja eigentlich neu ne Kilometer weit weg das bist du dich wieder das bist du dich wieder am beschweren wenn ich mir Schweine schiete das fällt nicht auf wenn du Schweine schietest und Katzen äh das fällt schon etwas eher auf und zieht da nicht in der Aufnahme also mach was du willst Dicke Game Order 1 Dicke das war ein Freifahrtschein Dicke ich komme aus dem Gefängnis Freikarte oder was Dicke Game Order 1 Dicke Game Order 1 muss ich zugeben ich habe ja immer wenn ich hier auf dem Server war immer Game Order 1 gehabt und das war ja immer ziemlich langweilig dadurch ich sogar auf meinem eigenen Server nicht mehr gespielt habe dann hast du echt was falsch gemacht genau und wenn man mal ein bisschen auch als Admin so ein bisschen Game Order 0 spielt dann macht es auch hinterher langsam wieder ein bisschen mehr Spaß wenn man das eigentliche Spielprinzip natürlich wieder entdeckt und dadurch auch und du hattest mir mal versucht einzurechnen dass man einfach langweilig ist hab ich mal versucht das gebe ich zu aber ich hab's natürlich jetzt jetzt nehme ich hier stark zurück meine Aussage hier und boh alter dieses verkackte Plugin das man sich dann hinsetzt auf diese verkackten Stufen geh ein bisschen weiter weg dann kann man es nicht mehr oder äh tipp das hier ein na gut auf jeden Fall schaue ich jetzt mal dass ich hier eine Spitzhacke bekomme ich habe ja genügend Holz dann mach ich mal wieder aus der Hälfte mal wieder was darf ich ja denk's was darf ich vielleicht noch mal wieder fronte und bl her da jetzt noch